In diesem Video geht es um die besten drei Dampfstaubsauger. Der erste Platz das High-End-Produkt. Dampfnob für die Bodenreinigung, ideal für eine gründliche Reinigung. Beseitigt 99,9% der Keime und Bakterien durch die einfache desinfizierende Wirkung von Dampf und ohne Verwendung von Reinigungsmitteln. Fassungsvermögen 380 ml, Selbstregulierung. Extra-Dampffunktion. Ultraschlanker und schwenkbarer Kopf für eine makellose Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Geeignet für alle horizontalen und vertikalen Oberflächen. Abnehmbarer und tragbarer Dampfgenerator für mehr Komfort bei der Anwendung. Inklusive des exklusiven 3-in-1-Multifunktionskopfes, ideal zum Desinfizieren von vertikalen Oberflächen, Auffreschen von Stoffen und vertikalen Bügeln. Mit Dampf abgebender Handschuh für unebene Oberflächen. Ideal für die Hausreinigung. Mühelose Handhabung. Das Mikrofaser- und Meinontuch sorgt für maximale Gleitfähigkeit und effektive Schmutzaufnahme. Der Boden ist in wenigen Sekunden trocken. Jetzt direkt sparen. Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz der Preis-Leistungssieger. Unser Dampfreiniger sprüht Dampf mit einem Druck von bis zu 4,5 bar und bietet eine vollständige physikalische Reinigung. Der Dampfreiniger verfügt über einen 1,5 Liter Wassertank, der sich innerhalb von 5 Minuten schnell aufheizen kann, aber 8 Minuten zum Erreichen der Temperatur von 221 Grad F benötigt. Er wird mit 17 verschiedenen Zubehörteilen geliefert, um verschiedene Flecken und hartnäckigen Schmutz zu behandeln, darunter Glasbörste, Bodenbörste, Teppichmatte, Bügelbörste, Nylonbörste, Messbecher und mehr. Das extra lange 4M-Netzkabel und die 60 x 90 cm Verlängerungsröhre sowie die 1,8M-Dampfröhre ermöglichen die Reinigung einer großen Fläche ohne häufige Steckdosenwechsel. Mit zwei drehbaren Rädern und einem bequemen Griff ist der Dampfreiniger einfach zu bewegen. Der dritte Platz das Sparprodukt. Der Inse-Kabel-Staubsauger ist leistungsstark und liefert eine hervorragende Saugkraft von bis zu 16 kPa. Dieser Staubsauger kann leicht mit einer Hand verwendet werden, indem Sie den Saugschalter schnell in den manuellen Modus umschalten. Er fängt effektiv Staub und Schmutz unterschiedlicher Größe ein, beschleunigt den Luftstrom und der austauschbare HIPA-Filter kann zur Reinigung entfernt werden. Er wird mit 13 Zubehörteilen geliefert, einschließlich zwei austauschbare HIPA-Filter, was noch mehr Geld spart. Sie können mehrere Zubehörteile kombinieren, um kleine Ecken wie Sofas, Computertastaturen, Autositze und so weiter zu reinigen. Drücken Sie einfach die Bürste nach vorne, und sie hebt sich von selbst an. Sie muss nicht an einem bestimmten Ort platziert werden, nimmt keinen Platz ein und ist sehr einfach zu bedienen. Mit einem Gewicht von 1,7 kg und einem 6 mm langen Kabel können Sie ihn leicht von einem Raum zum anderen bewegen, um unterschiedlichen Reinigungsanforderungen gerecht zu werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.